hey gang immer was geht ab heute wird wieder liebe freunde hier in freitag der 13 jetzt habe ich ja geübt wie ihr gesehen habt hallo in meiner bude die habe ich gefunden hier nehmen wir mal ein messerchen hallo walkie talkie test test julie du hast kein walkie talkie das war der walkie talkie ich weiß oh nein oder ist er da da haben wir den größten bobo schon am start hier den tatu-kart julie lass es nicht gefallen ich sag euch wo ist denn der jetzt ist eigentlich der freese wieder ok da rennt da du weg werde ich auch mal heimlich weg rennen versuchen ich komme bei mir ist das telefon spring water hallo hallo draußen ist kalt du lässt durch die hintertür gehen ich mache es euch bald warm ich mache es euch bald warm damit rechnet sie nicht weil er voll der bobo ist haha da kommt kapuze du weißt was du zu tun hast ey ist das der mickrige da ja ich bin das komm mal her kapuze ich jetzt habe zähnefone ja du kannst dem nicht kriegen kapuze komm mal her hallo Herr Kapuze hilfe nicht gönni ich liebe dich hallo gönni ich habe dich doch schon lieb hallo hallo karl hilf mir der hat mir aua gemacht kapuze lass uns abhauen ja flog äh julie ich bin ganz nervös oh gönni ich liebe dich bitte tu mir nix war dies leise ja in jedem voice ist sehr leise bei dir ach du scheiße ähm ähm hast du gehört ne hab ich nicht komm der jason kommt leute ich seh ihn ach komm fri sie sei nicht so ja gut ich lass dich leben oh geil haha ne hau ab geiler frisi haha party party jungen ich hab einen ne ne ich hab einen ruckknall an oh flocke komm mal her ich muss meine chance nutzen oh gosch hier du panikklarna ich häng dir fest was ist hier los bei uns ist mir keiner abhauen wir hauen vor jason ab ja wo ist er denn und ich brauch mal so ein spray naja können sie kämpfen oder was wow okay sie kämpfen gegen an komm her ich hab damit nicht ich glaub flocke ist tot leute ich hab nichts mitbekommen nein 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 ich liebe doch hä geh da mal hier raus jetzt ach schnell nehm ich mit nehm ich mit nehm ich mit jungs frisi tu mir gefallen haue wer bist du denn da zurück in dein viertel wie reich musst du denn sein um die beiden damit zu das sind meine anwärts oh das sind meine bodyguards geht schon kundrat alex attacke wir könnten hier weiter feiern wo ist sie hier oh noch ein geraden partycracker er hat angst für crackende ja der mag keine cracker der mag keine cracker ja dann hol uns ab da rieb ich mich so viel erdschau freut dich hä alle waa wo frisi ist wieder nett zu mir gut frisi nehm ich mit ich geh mal hinter dem troll her auf der straße alle hinaus komm schon nein jetzt wieder mich oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein er zerhackt nein in den bau oh und noch ein hart hals oh das hat weh oh ich wurde kastriert glaube ich wer ist hier ja ja ich bin alleine ich bin alleine tot ein 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 richtiger Mann es hat frisie mich doch gewollt ich konnte auch nicht mehr laufen wie gehts ihnen ja Alex drehe dich mal um drehe dich mal um Alex schau dir das an schau dir das an Oh, der guckt den Poß an. Ein heißes Teil der Alex, schau dir den mal an. Aber der ist meiner, der gehört zu mir, der gehört mehr. Ne, der gehört mehr. Nimm den Dalu, der ist auch richtig neus. Gönny, auf zu Dalu! Auf zu Dalu! Gönny, fahr noch ein Tor! Alter, hast du meinen Schwörg gesehen? Boah! Otto, Schlüssel liegen vor ihm. Oh Gott, ne, lieber nicht. Sexy Outfits hier, Leute! Warum hab ich das nicht? Ja... Oh mein Gott! Der Tommy kommt! Hallo, Tommy! Tommy, was geht? Ach so, ich bin's! Was ist passiert? Oh mein Gott! Ich denke immer, das effektet mich nicht. Ich denke immer, das kann gar nicht ich sein, ja? Und warum kann ich nicht joggen? Finde ich echt doof. Ah doch, ich kann doch joggen. Jetzt komm ich und ich hab'n Schuss. Jetzt macht's gleich bumm. Aber ich muss jetzt schnell zu den anderen Dudes. Hi, Kunran! Hi! Ich hab'ne Mörderwaffe! Schön, dass du wieder da bist! Danke! Oh! Und wo gehen wir hin? Äh, ich würd' mir erstmal da gerade eine Karte holen an dem Stand. Okay. Ich hab' schon eine. Ja, ich glaub' schon kommt mit rein. Sehr gut! Ja! Ähm, wir laufen erstmal weiter. Ja! Wir laufen! Wer ist denn da? Oh! Man-Leaving-July-Version! Da würde ich nicht hinlaufen, Kapuze! Julie! Mein Schätzle! Tut mir leid, ich bin der Tommy! Hallo Tommy, mein Schätzle! Ich hab' nicht gesehen. Ja! Na, warte mal. Echt? Ich hab' eine abgeschlossen. Oh nein! Dalu! Hast du den Dalu bekommen, Gönig? Dalu, Dalu ist tot. Wie denn? Wie hast du das gemacht? Der arme Teufel. Der arme Teufel. Wie hast du das gemacht, Gönig? Erzähl mal! Ja, meine Keder hab' ich zerdrückt. Ich find' Spray, Leute. War das einfach? Das war sicher nicht schwer, oder? Ja, ja. Das hab' ich mir gleich gedacht. Ach, so'n Spray. Hilfe! Tommy, hilf mir! Oh nein! Oh nein! Wo ist denn der Murderer? Oh nein, er ist wieder da! Er macht was kaputt! Gönig! Oh fucking hell! Oh! Shit! Mach auf, du Penner! Ah! Ah! Gönig hat die... Hat durch die Tür. Oh! Das war genau los! Ich hab' ihn angeschossen! Oh, Juli, du warst das! Oh, oh, oh! Yes! Aber ich bin nicht mehr die Juli, deswegen ist's okay. Oh, okay. Wo sind die anderen denn jetzt hin? Und wem verfolge ich da? Alex, ich bin's! Dein Outfit gefällt mir. Kann dich leider nicht hören. Tür zu! Ja, mach nur weiter so. Haha! Hängen geblieben. Manchmal zeigt's kein E an, dann komm ich nicht rein. Ich hoffe, du hast nen Plan. Ich folg dir einfach. Ein Dude kommt zu uns. Wer ist denn da? Oh! Ja! Ja, gib's! Gib's mir! Gib's mir! Wo bist du? Kapuze, kommen sie rein! Gekommen rein! Wo ist das? Wo ist das? Warum geht's nicht? Warum muss ich's nehmen? Achso. Ich nehm alles zurück! Oh! 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 Leute! Jetzt wurde ich zweimal kastriert! So viel Pech kann man doch nicht haben! König, bitte, 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 bitte! Genie! Ich hab' getrat! Bisschen doof! H부분! Hallo! Hallo, Kapuze, hast du wohl keinen guten Siegel abgegeben! Dein Lied fand ich nicht genug, glaub ich! Ich war im Haus! Ich war im Haus! Das war echt ein Du... Warum hat der Kuh mich nicht verschoben? Dalo, wie bist du gestorben? Nii, war am Boden... Jaa, genau, er hat mich... Also nicht, dass ich das negativ ist, hätte gar keine Schocks. Also er hat mich zu mir geportet mit mir. Zwift hat mich gepackt und gekillt. Nein! Was muss ich jetzt? Alima! Oh! Herz wurde gekauft. Gucken wir, wie der Bug immer noch da ist. Ja. Und sie fliegt. Und sie fliegt. Jetzt hat er das Bett noch kaputt. Was soll das denn? Vielleicht ist er noch drunter, ne? Ach, Nenu. Oh, ich häng in der Luft. Ich hab die ganze Zeit gesagt, Alex, wo das Benzin ist. Kann man da ein Wurfmesser durchwerfen? Ich kann das mal versuchen. Durch das Loch, wo ich das... Ja. Wie die da hängt, ey. Schön. Jetzt noch die Campingunde. Er ist fasziniert. Was hat's bei mir? Du hast das Chat gespielt, ne? Und das Spiel hat mir eine View gegeben. Shad is a dick. Echt? Ja, warum? Keine Ahnung, weil ich von dir weggelaufen bin vielleicht. Er kommt doch nicht durch. Ah, hat er ihn. Das war aber nicht... Wirklich? Oh nein. Wirklich? Wirklich? Ja. Wow, ich bin enttäuscht. Bin ich wirklich enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht. Ah, der ist untergefallen. Ja. Nice. Tja, Günni, das wollte ich alle erwischen, ne? Du hast überlebt? Ja. Zweimal gestorben, liebe Leute. Wie bist du geflohen? Warum? Ich hab's oft genug angesagt. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Däumchen da. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.